Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor illegalen Autorennen an den Osterfeiertagen. In der Tuner-Szene ist der Karfreitag auch als Kar-Friday bekannt. Wohl auch morgen wieder werden Autobegeisterte überall in Deutschland ihre aufgemotzten Fahrzeuge präsentieren. Die Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Personal für Kontrollen. Oft käme es bei den Treffen nicht nur zu gefährlichen Eingriffen in die Sicherheit der Fahrzeuge, sondern auch zu illegalen Autorennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017